Ich liebe mein Leben und ich lebe für die Liebe. Gedanken der Liebe in schöne Worte zu verpacken und sie auszusprechen, ist für mich ein Geschenk, das ich gerne und auf vielfältige Art und Weise weitergebe. Eure Geschichte werde ich mit Worten in lebendige Bilder verwandeln, die bei euch und euren Gästen Momente für die Ewigkeit einfangen werden, Momente des Lebens mit eurer Liebe erfüllt. Hi, ich bin Claudia. Ich bin freie Rednerin für einzigartige und herzberührende Zeremonien und wenn dir das hier gefällt, dann melde dich doch kostenfrei und unverbindlich bei mir. Bis bald, Claudia.